dieses spiel ist scheiße und hallo willkommen zurück zu mario party richtig richtig geschissen und jetzt spielen wir diese mini-greifes weil ich würde kurz ein kein tipp angegeben heute ich glaube nicht ich glaube am woche kommt ein neues projekt es nennt sich minecraft ex feind nennt sich das ja ich habe das ja ja wir haben es geschafft ja ich habe noch zurück noch gerettet euch alle jahre ach stimmt ja letzte part hat die kai wieder mal gewonnen ich bin wieder der letzte das ist ja zehn runden das heißt jetzt noch zehn runden wätschmöte das heißt jetzt noch bei uns noch paar wätschmöte nein nicht als nein nichts scheiße nein das war jetzt meine taste das macht ja nein 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 ich würde sie bitte bitte ein warte ich habe ich den zu bauwärts achten sie hat er wieder die gehe bekommen die haben ich bin mehr jahre danke angebildet das jetzt und ich muss jetzt in pausen machen weil ich irgendwas muss jetzt gleich so ich bin wieder da zweiter gut und er geht zu bau sachen das ist so weit weil er so fies ist und ich habe mehrmals schon jetzt also ich bin schon bald war ja schon fast hier muss doch ein bisschen bekommen wenn ich irgendwie dritter platz nicht die münzen ja frag mich nicht ich bin der aber er kriegt nicht gut 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 nein nein sie bekommen mein geld noch ihr ihr schweine gut nein warum oh man ich konnte nicht retten ich bin holen hoha das ist sehr hart jetzt bin ich mal ganz doll nicht gemacht boah oh nein, warum geht's so sterne und ich bin wieder der letzte und das ist scheiße oder Decay aber Decay da nix gerät hat boop boots 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 danke Dicay zu Glück na, danke Dicay du hättest mich schon in den Arsch jetzt getreten aber auch kommt ein neues Projekt das heißt auch Exit find mit paar kleinen YouTubern und das sag ich jetzt schon also wenn und Mario Alter wer macht denn so wie die Fragezeichen ich ich krieg ich krieg wenig Münzen das ist scheiße nein ich will nur gewinnen ey nein ich kann lassen die 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 ich nicht mann die strengung wurden gar nicht sehen was ist das denn für ein scheiß so ein scheiß er war halt richtig solche zu sagen ein so richtig mann war deine sache noch so ich habe so eine die nur kurz gucken kommt schon jetzt lasst mich einfach bitte nur wenn auch mein geld abzieht du verfickter auch kommen schon ich habe jetzt mehr geld einfach viel ja genau ich bin hier dran was könnte man was das hier soll soll das ein spiel seit nicht ja weil wir nur gespieße haben ja genau das ist doch der witz der sache ich habe ihn auch was er macht ach komm schon mal so das ist doch das ist doch jetzt nicht normal wisst du was ich kenne mir ein ein Mario ok ok bis gleich ich glaube ich kriege nur wenig mit ja genau wenig abziehe ich sehe ziehen ja ein bisschen ab weil er mich auch gut sehe kannst du mich hier vergessen ich bin echt der letzte platz wieso setzt er wieder aus das gibt es doch nicht ich kann es nicht was für ein zu spiel ist das denn ich finde es blödsinn ich finde es im blödsinn ich finde es im blödsinn scheiße das wird hart ich weiß es ganz genau einen der das war glücklicher Lusammer er war noch gesagt die Kinder durch abzuholen ja geil mal bekommt jetzt dass er verdient dritter Platz ich gehe jetzt nie wird ich mache es gleich doch nochmal aber sehr sicher voll ja oh mein gott ich krieg jetzt ein stern jawohl danke danke ich habe ich alles seit ich bin noch zum letzter jawohl noch ein sterbe kommen obwohl ich noch aufgesetzt habe zu glück alle haben jetzt ein stern und das ist gut so jetzt hat er 100 102 hat er jetzt gott zu gott muss man ihn ein bisschen abziehen ich muss ein bisschen abziehen das heißt jetzt auch nur so gut das heißt jetzt ich ruhe ihn die ganze Zeit ja ich muss nur irgendwas bewegen ich muss irgendwas bewegen weil der Grinz so ja 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 bäm geschafft jawohl ich bekommen für den platz aber wenigstens wir sind jetzt bei der fünften runde hallo ok ok leute ich hoffe ihr habt die folge gefallen wenn euch gefallen hat folge dann geht mir richtig genommen hoch und wir werden in nächsten part weitermachen also ich wünsche euch einen schönen tag bis dann schau